Mein Fußballverein hat es heute wieder auf die Mütze gekommen und alle anderen haben gewonnen also ich sag mal, der Abstieg ist eigentlich so gut wie sicher Ein Grund, warum dieses liegt, was wir jetzt spielen eine Berechtigung hat heute Abend der andere ist natürlich der, dass es ein klasse Abend heute war mit euch Ihr habt klasse mitgesungen, geil mitgetanzt Ihr habt einen wunderbaren Roller gehabt heute Abend es hat wirklich viel Spaß gemacht hier bei euch zu spielen Also ihr habt los, wenn es euch gefallen hat erzählt es euren Freundinnen, euren Freunden Papa, Mama, Oma, Opa, keine Ahnung wer oder kommt zum nächsten Konzept wir freuen uns über euch, ihr wart klasse und damit dieser Abend nicht so schnell zu Ende geht wir den Fußball noch hier heute Abend zu spielen Gewinnen kann jeder! Jörg'n 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 Jörg'. Ich kann es übernehmen, wir geben es ein Leben Und lasst uns auf die Reise, und fangt mal die leise Scheiße Gehör mir, ich kann nie, du warst mir, ich komm wieder Das nächste Mal, das nächste Mal, ich bin wieder Wir singen noch in jeder Lage, denn es kommt wie am besten Tag Wir sind so ein bisschen voran zu sehen Jeder hat zwingt keinen Mund getrost, bei mir und bei mir und verlust Stehen auf, und alle Krieger Wer zu überleben, geht sein Leben Und lasst uns auf die Reise, und fangt mal die leise Scheiße Gehör mir, ich kann nie, du warst mir, ich komm wieder Und das nächste Mal, das nächste Mal, das nächste Mal, ich bin wieder Ich bin wieder Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, Henrik Mäckl! Bei den Keyboards und bei den Klammern hat er uns ausgeholt, der täglichsten Keybauer! Zu meiner ersten, der Unglaubliche, großartige, mächtige Dirk Zürich! Mein Name ist Stefan Weidler, hier ist in der Weg. Er ist nicht gewalt geworden, wenn wir ihn nicht mehr sagen. Ihr werdet zu erleben, ihr seid leben, und wir haben uns auch nie alle hängen zu. Mein Name ist Stefan Weidler! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020